Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich habe jetzt hier nochmal ein Reminder-Video für dich. Und zwar wollte ich dich nochmal an ein Gewinnspiel auf meinem Kanal erinnern. Aktuell, also zum heutigen Tag, laufen noch zwei Gewinnspiele. Einmal mein Abonnenten-Special, das läuft noch heute. Morgen ist es schon beendet. Und dann läuft noch meine Kartenaktion, meine Mitmachaktion zum Januar-Karten-Sketch. Den habe ich dir hier nochmal hingelegt. Das ist der Karten-Sketch. Und ich habe dir auch dazu gesagt, dass es total egal ist, ob du hier Kreise nimmst, Sterne nimmst. Du kannst nehmen, was du willst. Aber man sollte so circa erkennen, dass du nach diesem Sketch gearbeitet hast. Hier habe ich nochmal die Karte, die ich selbst dazu gemacht habe. Und hier siehst du schon den Gewinn. Und zwar gibt es einen 10-Euro-Gutschein von Kurike zu gewinnen. Und man lernt ja im Laufe der Zeit auch ein bisschen was dazu. Ich habe sonst früher unter meinen Gewinnspiel-Videos immer kräftig mitkommentiert, was zur Folge hatte, dass ich mich auch gerne mal selber ausgelost hatte. Demnach werde ich unter mein anderes Video, wo jetzt aktuell mein Abonnenten-Gewinnspiel läuft, nicht kommentieren. Aber da habe ich auch gelesen, dass, ich glaube, eine Person geschrieben hat, oh, das ist sehr schade, ich lebe nicht in Deutschland. Vielleicht wäre für diese Person dieses Gewinnspiel perfekt, weil es ist total egal, wo du wohnst. Du kannst von überall aus mitmachen, denn den Gewinncode von Kurike schicke ich dir per Instagram-Nachricht. Demnach denke ich, dass das mein ganz cooles Gewinnspiel ist, weil ja ganz oft Leute, die nicht in Deutschland leben, ausgeschlossen werden, wie natürlich auch bei mir ab und zu mal. Aber hier hast du die Chance, von überall aus mitzumachen. Bis jetzt, glaube ich, habe ich circa sechs Karten schon gesehen. Also das Video, wo ich dir alles haarklein erkläre, verlinke ich dir hier oben nochmal in der Infobox, dass ich mich nicht immer wiederhole. Aber sechs, sieben Karten habe ich auf Instagram schon gesehen. Die habe ich auch kommentiert, weil ich das total schön finde, wenn ihr da mitmacht. Genau, also sechs, sieben Karten sind bis jetzt schon da. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Gewinn finde ich das tatsächlich ein bisschen wenig. Also der Gewinn ist super. Du kannst dir davon kaufen, was du willst, im Kurike-Onlineshop. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich mag dieses Gewinnspiel nicht, weil das und das, dann schreib mir das doch gerne mal in die Infobox. Ich würde gerne wissen, warum so wenig mitmachen, weil eigentlich, ja, heißt es immer, wir würden so gern basteln und zeigen mir Bastelvideos. Aber wenn ich dann mal so eine Mitmachaktion mache, dann sind irgendwie ganz wenig Leute nur dabei. Liegt es daran, dass es auf Instagram stattfindet und viele kein Instagram haben, dass ich dann auch für diese Kartensketche, weil ich habe die tatsächlich für das ganze Jahr schon vorbereitet. Und ich würde ganz ehrlich dieses Projekt nicht unbedingt in die Tonne treten wollen, weil das hat echt wirklich viel Zeit gekostet, diese Kartensketche zu erstellen. Man glaubt es gar nicht. Man denkt sich, ja, ja, so ein Kasten mit ein paar Kreisen. Aber ich saß da ewig. Genau, und dadurch, dass ich dieses Projekt nicht verwerfen wollte, bin ich auf der Suche nach Gründen, warum irgendwie keiner Lust hat, mitzumachen. Also, wenn du einen Grund hast, schreibe ihn mir bitte in die Kommentare. Ich würde das total gerne erfahren, warum irgendwie keiner Lust hat, eine Karte zu basteln. Also, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich möchte von dir wissen, warum, um natürlich auch meinen Kanal für dich ansprechender zu machen. Also, ich hoffe, du hast jetzt vielleicht doch noch Lust gekriegt, den Kartensketch umzusetzen und du bist auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Also, bis dahin. Tschüss!